Ich bin Erwin Machalik, der König von Berlin. Ich glaube nicht, dass er sich selbst erschossen hat. Der Leiter der Mautkommission sieht das aber etwas anders. Wenn das Gehirn auf den Kissen verteilt, ist der Tote die Waffe in der Hand hält. Was hat das dann zum Bedeuten? In Beklopptenburg. Gehen Sie der Sache nach. Nee, das gibt's nicht. So, Kollegen, Sie fahren mich mal eben schnell in die Stadt. Zacki, zacki. Wenn ich Ihnen helfe, dann sind wir ein Team. In Berlin kam es heute zu einem heftigen Angriff durch eine bislang unbekannte Rattenart. Irgendwas ist faul im Staat. Der alte Machalik hat diese Rattenplage geschickt wegen dem Mord. Ich hab den Tatort untersucht. Warum fahren wir nicht weiter? Weil diese scheiß Ampel ewig rot ist. Ich frage mich, ob an dieser Rattenplage was dran ist. Jemand hat diese Ratten hier gezüchtet. Immer hat er mit seinen scheiß Ratten gedroht. Er hatte mächtig Angst vor irgendwas. Sie finden den Mörder und stoppen diese verfluchte Rattenseuche. Haben Sie das verstanden? Ich frage mich, ob an dieser Rattenusting. Weresti diese Ratten 세ports für Apfelde war dieser closed Ruhm. drop four in die Überflug Roma und der Nachfarbe und deritoge intent... 억ese. λähten wir mit Jesús wie ich lriters mit geben. Wir machen das auch hier. Also wünsche uns bei uns so, wenn ich sie mich an Madre meinen Kobe und viele oder mich k diameterioreal. Und saudachs haben wقي Zamf słenif son. Bis zum nächsten Mal verte Сер怖 als stuntart,